Mit dem Motorschild können Dezimotoren, Servomotoren oder auch Steppermotoren über den Arduino angesteuert werden. In diesem Beispiel geht es hier um einen Getriebemotor, der über den Arduino angesteuert wird. Man kann hier den Motor mit verschiedenen Geschwindigkeiten drehen lassen. Es wäre theoretisch auch möglich, den Motor vor- und zurückzufahren lassen. Jedoch muss hier der Motor umgebohlt werden. Für den Motor selbst, für einen reinen DC-Motor, gibt es hier die Klemmleisten. Das heißt, hier ist AB Ground, AB. Das ist der erste Motor, hier ist der zweite Motor, das ist hier der vierte Motor und hier der dritte Motor. Wir haben ihn hier auf 1 angeschlossen. Das ist auch hier in unserem Code so. Wir haben hier oben AF Motor und hier steht 1. Das ist nicht der Pin, sondern der Motor, der über diese Klemmleiste angesteuert werden soll. Unser Beispielcode lässt den Motor jetzt langsam hochfahren und auch wieder herunterfahren. Das heißt, der Motor wird hier schneller und wieder langsamer mit einer kurzen Pause und dann fängt das Programm hier wieder von vorne an. Und hier wird auch definiert mit Pin A oder mit Pin B. Also A ist im Code hier Forward und mit dem Pin B ist Backward. Das heißt, wenn ich in Backward fahren muss, dann wird hier nicht auf den Pin A gesteuert, sondern auf den Pin B. Und in der Mitte ist jeweils Ground, also der dritte Pin. Servomotoren werden übrigens hier oben angeschlossen. Weiters ist auch hier die verwendete Library bereits eine ältere. Es gibt eine neuere. Diese arbeitet jedoch mit I²C. Hier muss man dann schauen, welches Schild mit welcher Library kompatibel ist. Man könnte auch ohne Library arbeiten, jedoch wird das hier etwas komplizierter. Denn hier muss man mehrere Pins schalten. Das heißt, hier einmal den BWM-Pin für den jeweiligen DC-Motor. Dann Motor Enable und Motor Direction. Das heißt, man braucht hier mehrere Pins, um hier über die Controller den Motor zu steuern. Deshalb ist hier eine Library zwar nicht zwingend erforderlich, jedoch wird die Arbeit hier um einiges erleichtert. Alle Informationen gibt es natürlich hier beim angefügten Link in der Videobeschreibung. Und auf unserer Website haben wir hier natürlich eine Zusammenfassung über die Pin-Belegung und auch den Beispielcode sowie weitere wichtige Informationen.